Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei The Evil Within. Wir sind an einer guten Stelle, würde ich mal sagen, bei einer wunderhübschen Kreatur, die überhaupt nicht zu stinken scheint. Und diese wunderhübsche Kreatur hat leider ein Problem. Und zwar bewacht sie das Teil von der Sniper, was wir noch brauchen, um sie zu reparieren. Ach, es ist ein Screamer! Ach, er ist one-hitted! Ach, wie witzig! Hahaha! Es hat sich auch genau in der Sekunde rumgedreht. Es hat sich genau in der Sekunde rumgedreht. Wieso dreht es sich genau in der Sekunde rum, ey? Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Wie weit bin ich jetzt gelandet? Das ist wohl die größte Frage. Hier ist noch unser kleiner Kollege. Ja, ja. Okay, hier bin ich gelandet. Das ist leider noch einiges an Erkundung gewesen. Verdammte Scheiße. Das ist... Ein bisschen doof. Ein bisschen sehr doof. Okay, na gut. Dann holen wir uns jetzt nochmal das. Und nochmal das Gel. Und den Kommunikator. Moment, ja. Wir stellen es ein. Und überspringen es. So, Erinnerungsfragment gesammelt. Sehr gut. So. Dann gehe ich jetzt mal gleich hier raus. Hier gab es ja nichts. Hier kamen wir noch hier so rein. Und kamen hier von hinten an dieses Morbius-Dinger dran. Verdammt, das ist gerade erst passiert. Aber irgendwie weiß ich trotzdem nicht, was wir alles so noch erlebt haben. Habe ich hier nicht noch irgendwo ein hochwertiges Waffenteil gefunden? Oder habe ich das schon? Wie viele hochwertige Waffenteile habe ich? Das steht hier nicht. Das steht dann wahrscheinlich hier mit bei, ne? Ja, eins. Okay, dann sollte das passen. Na gut. Dann, äh... Ja, doof gelaufen. Was soll man machen? Kannste nichts machen. Wenn es doof läuft, läuft es doof. So, und jetzt kommt doch hier sicher gleich wieder unsere Freunde. Oh, da kommt sie doch nicht. Ich hätte es angenommen. Ich meine, immerhin ist die hier gerade aufgetaucht. Was war das? Okay. Wie kommt man da rein? Vielleicht gehe ich ja doch nicht zu dem Screamer. So komme ich da rein. Was bringt mir das? Hello? Das war doch hier drin, oder? Ich bin doch nicht doof. Also nicht nur die alte in der letzten Folge. Sondern so generell gesehen. Dieses Hupen gerade. Das war doch hier drin. Das war's doch du. Ich brauche das dringender als du, Kumpel. Ne Knarre. Willst du mich eigentlich gerade verarschen? Ich habe einen fetten Bug. Weil ich jetzt genau jetzt in den Flashback von der alten reinkomme. Wo mich dieser Typ überfallen hat. For real? Das ist das, was du mir gerade weismachen willst? Spiel? Also so, so ernsthaft? Weil ich, ich kann nichts tun. Ja, das kann ich. Dieses Spiel, ne? Spiel laden. Automatischer Speicherpunkt. Warte mal. Ne. Ich muss mal auf die Zeiten gucken. Ja, das passt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie viel Pech kann man haben? Wie viel Pech kann man bitte haben? Oh, jetzt ist es eine alte. Wurde gerade sagen, komm her, Alter. Aber. Komm, gib mir die Suppe. So ein Scheiß, ey. So ein Scheiß. Wer soll denn mit sowas rechnen? So. Du kommst her. Du kommst her. So, geh. Einstellen. Überspringen. Ja, ja. Dann sei doch leise. Ich hab dich nicht gebeten, mit mir zu reden. Das hier wird doch nicht, ey. So. Hier nochmal schnell die Sachen holen. Ey, lag da was? Nö. Wisst ihr, ich geh jetzt. Egal, was jetzt mit dieser komischen Alten ist, ne? Ich geh jetzt zu dem Screamer. Ich wollte den Screamer umbringen, also bringe ich jetzt diesen Screamer um. Ich renne da jetzt wieder hoch und ich kill den. Ganz easy. Meine, was, Leute dabei schon schief gehen? Ey, ich finde echt in jedem Spielen Bug. Ich finde echt in jedem einzelnen Spielen Bug. Ich kann tun, was ich will. Ich kann spielen, was ich will. Sobald ich es anfange, hab ich einen Bug. So, hallo Screamy makes Screamy. Da klopft es. Okay, also werden wahrscheinlich nicht nur die Leute wach, die hier auf dem Boden liegen. Sondern es kommen wahrscheinlich dann auch noch ein paar aus dem Ding da dazu. So. So. Erstmal das. So, hey. Nee, nee, lass das mal, bitte. Aua. Waaah. Moment. Ich kann nicht so schnell. So. So, warte. Den spritze ich mir mal unterwegs. Ich bin so schlecht im Zielen. Ich bin so schlecht im Zielen. Wie kann man nur so schlecht im Zielen sein wie ich? Ganz objektiv die Frage. Ganz objektiv die Frage. Wie geht das? So, komm her. Boah, das lief aber auch wieder dumm. Da fliegt der Harpunenbolzen über da. Und jetzt kommt die Alte wieder. Ich wollte doch nur... Ah. Es geht mir gerade alles auf den Keks. Danke. Genau. So, Bro. What's up? Ja, na klar. Hm. Ja. Ja. Mhm. Wow. Das hat doch einiges ausgemacht. Das hätte ich nicht erwartet. Oh. Ja, das hätte praktisch sein können. Wer hat hier dran? Hi. Ich glaube, du hast irgendeinen Schaden im Kopf. Oder im Bauch. Ja, oder doch im Kopf. Ei, 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 ei. So. Metallrohr. Nägel. Waffenteile. Da ist es. Das Ersatzteil. Teile für Präzisionsgewehr. Ersatzteile für Präzisionsgewehre. Wenn es hier Teile gibt, muss es auch irgendwo ein Präzisionsgewehr geben. Müsste ich das Gewehr reparieren können. Holy fuck. Gut, wir haben es geschafft. Das war nicht heldenhaft. Das war eher das Gegenteil davon. Oh, es sind gar nicht alle wach geworden, wie mir scheint. Aua. Ich. Ernsthaft? Ich bin gleich tot. Ja, mach's gut. Gut. Das war's für mich für heute. Ich hab keinen Bock mehr. Ach Gott. Wie scheiße kann etwas laufen und ich bin 100 pro wieder im Bus, oder? Wenn ich im Bus bin, mach ich aus. Ne, ich steh hier vor, nach der alten. Trotzdem dumm. Ne, ach Leute, wisst ihr. Wisst ihr, das ist was für ein andermal. Ich mach jetzt ganz kurz ne Pause und wir sehen uns dann später wieder. Macht's gut. Also, bis gleich. Hi, Leute. Ähm, schlechte Nachrichten. Ich musste wieder in dem Zug anfangen und eigentlich wollte ich den Screamer gerade killen und dann fing das hier gerade an zu hupen und deswegen denke ich mir so, ich schnapp mir das Ding hier schnell. Und hoffe, dass dieses Vieh nicht wieder spawnt, während wir jetzt von dem Zombie-Heini umgeklatscht werden. Hallo, du. Hallo, du. Na? Geh mal weg da. Du alte Schrapnellziege. Toll, ich bin so ein Held. Na, ist gut. Dafür gebe ich jetzt ein Röhrchen auf. Für diese Knarre hier. Handfeuerwaffe mit Laseroptik. Diese halbautomatische Pistole besitzt eine Laseroptik für mehr Genauigkeit und größere Entfernung. Schick. Okay. Vielleicht, ähm, ist das doch gar nicht so schlecht. Pfeifen wir uns mal so ein Ding rein. Und dann legen wir uns gleich nochmal mit, äh, mit unserem Kollegen an. Mit unserem, ähm, mit unserem Screamer-Kollegen. Vielleicht wird's ja dieses Mal besser. Oh, ey. Das ist, echt, das ging mir so auf den Sack, ne? Okay, wir haben hier irgendwo noch einen fetten Resonanzpunkt. Ah. Aber jetzt kommt erstmal die alte. Ach, sie kommt von da. Er sagt doch, dass du von da kommst. Gnädiges Fräulein. So. Einmal hier rüber. Und dann war's das mit der alten. Gut, was ich vielleicht tun sollte. Okay, das ist geladen. Alte, du despawnst jetzt aber wieder, ne? Das haben wir ausgemacht, dass du jetzt despawnst. Ich weiß genau, dass wir das ausgemacht hatten. Ich kann mich da exakt dran erinnern. Also. Na komm, wenn ich, wenn ich das hier kaputt mache. Ja, hallo, ich merke das schon. Wenn ich das hier kaputt mache, ja? Und das hier aufmache. Es sind doch gerade keine Zombies da. Es kann doch also eigentlich keinen geben, der das irgendwie mitbekommt, oder? Ich meine nur so am Rande gesehen. Kann doch eigentlich nichts sein. Wo pro haben wir hier? Ach, das waren die Abtrünnigen wahrscheinlich, die da... Die da Geräuschließ gemacht haben. Als Resonanzpunkt. Na komm. Jetzt einmal genau. So habe ich mir das vorgestellt. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich es mir schöner vorgestellt hätte. Hätte schöner vorstellen können, wenn das Viech hier einfach schon tot wäre. Aber... Wow. Wow. Leute, wow. Und ihr fragt euch, warum ich Harpunbolzen liebe. Und ihr fragt euch, warum ich Harpunbolzen liebe. So. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch das fragt, aber... Ähm... Ja. Das hat gut geklappt. Da. Dann rüsten wir wieder das hier aus. Nehmen wir uns die ganzen Teile hier mit. Die Teile hier noch. So. Wunderbar. Hier nehmen wir noch das Präzisionsgewehr mit. Und wie ich einfach beim... Beim letzten Mal, also für euch ist es jetzt schon wieder ein neuer Tag, ne? Wie ich einfach nicht realisiert habe, dass das hier... Ne... Merkbank ist. Naja gut. Wir stellen das Präzisionsgewehr her. Oh yes. Dieses Gewehr ist dank des starken Fernrohrs auf große Entfernung äußerst präzise, wenn du dir deine Hände mal nicht schmutzig machen willst. Sehr schön. Dann können wir ein bisschen davon gebrauchen. Und ein bisschen davon mache ich auch. Und natürlich mache ich auch wieder drei davon. Waffenverbesserungen. Haben wir für die Schnüpper. Feuerkraft. Für 100. Ne, was wollte ich machen? Ich wollte hier die Rauchbolzen. Ne, aber das war noch nicht für jetzt. Das war für 140... Für 240. Das war auch nicht für jetzt. Oh. 200%. Okay. Mache ich das. Keine Ahnung, ob es das war, was ich machen wollte, aber... Jetzt haben wir es gemacht. So. Hier was reinpacken. Das nachladen. Södele. Dann wollen wir doch mal. Ich meine, unsere ganzen Kollegen hier... Die liegen ja nicht umsonst hier. Ne? Ist in Ordnung. So, warum haue ich den überhaupt zweimal? Wenn ich ihn dann trotzdem noch zweimal erschießen muss. Ist das die richtige? Ne, das ist nicht die richtige. Das hier ist die richtige. Und die lege ich auf die Eins. So. So wird ein Schuh draus. So, genau. Mit Laseroptik. Wunderbar. Funktioniert trotzdem nicht, wenn man nicht zielen kann. Ich bin so stolz auf mich, dass ich nicht schießen kann. Ach, bin ich gut. So. Du bist auf jeden Fall lebendig. Bei dir bin ich mir nicht sicher. Ne, okay. Okay. So, da haben wir uns einen Schuss sparen können. Wunderbar. Die hier machen wir mal kaputt. Wer weiß, was da noch so drin liegt. So. Der ist down. Dann haben wir noch den Kollegen hier. Dankeschön. Okay. Zweimal rein. Und einmal. Und einmal hauen. Und dann sind diese Viecher auch hinüber. Gut. Dann haben wir das hier hinten aufgeräumt. Dann gucken wir doch mal hier rein. Oh. Was war das denn? Ich habe doch gar nichts gedrückt dafür. Kommen wir da rein? Nö. Gut. Muss ja auch nicht sein. Hier auf der linken Seite ist jedenfalls ein Kraut. Und auf der rechten Seite ist eine Flasche. Wow. Das Leben ist gut. So. Genau. Das Kraut nehmen wir. Juti. Okay. Hier ist das Ding. Na, Kollegen? Was macht ihr denn hier? Also jetzt ehrlich, was macht ihr denn hier? Würde mich schon interessieren. Wenn ich das so mache? Ja. Moment. Warum? Lauf doch mal, Sebastian. Ich ging doch voll in den Schädel. Warum lebst du noch? Okay. Der Gedanke wird sofort rückgängig gemacht. Ich wurde direkt bestraft. Ist das nicht wunderbar? So. Peter. Komm hoch. Und noch ein Kollege. Komm mal her. Du hast nicht mal was für mich. Ich bin massiv enttäuscht. Ich bin massiv enttäuscht. So. Dann nehme ich mir halt den Schlüssel hier mit. So. So. Das machen wir kaputt. Das machen wir hier schön. Alles kaputt. Wunderbar. Flipp, flupp. Das ist dicht. Hier haben wir nur eine Flasche. Da könnten wir mal eben einen richtigen Speicherstand machen. Und ich glaube, das wäre auch nicht das Schlechteste. Was haben wir hier? Ich sollte nicht immer so, so sorglos sein. Ja, super. Ja, super. Verdammt, schon wieder dieses Ding. Ja. Toll. Vielleicht hätte ich erst den richtigen Speicherstand machen sollen. Bevor ich hier reingehe. Naja, das ist dicht. Ich kann ja auch nichts tun. Ich könnte mich höchstens hier im Trockner verstecken, aber... Und jetzt ist es so, als wäre ich da niemals drin gewesen. Auch nicht schlecht. Okay. Aber ich war drin und ich habe alles ausgeräumt. So muss es sein. Da war ich auch drin, ne? Ja, das sieht gut aus. Oder? Ist das eine Flasche? Ja, ist eine Flasche. Was machst du denn hier? Oh, scheiße. So, komm her. Toll. Ah ja, gut. Es gibt eh gleich einen Kaffee für uns. Halb so schlimm. Ach, das sind schon wieder die Dinger da oben. Die hier gespottet werden. So, wie viel habe ich hier eigentlich? 7000 grünes Gel. Das ist nicht so viel. Aber ich komme ja ohne in die Zwischenwelt zu gehen, nicht an eine Werkbank hier. Alles kompliziert. Alles kompliziert. Ah, köstlich. Ja. Deshalb einmal Zwischenwelt. Muss leider sein. Auch wenn ich mich nicht bei Tatjana hinsetzen werde. Wobei, ich habe keine Ahnung, wie teuer die Sachen gerade sind. So, Herstellung. Wir brauchen wieder Pistolen, Muni. Bleibt leider nicht aus. Hiervon mache ich auch noch ein. Waffenverbesserung. Die Handfeuerwaffe, die wir gerade haben. Ach, das ist allgemein. Erhöht den Schaden aller Waffen derselben Kategorie. Okay, das ist gut. Das ist gut. Dann will ich da nichts gesagt haben. Ich dachte nämlich, vielleicht müssten wir die... die Laser-Optik-Waffe extra machen, aber... dann ja scheinbar nicht. Detektiv Castellanos. Immer ein Vergnügen. Ja, das ist... Will ich auch hoffen, dass es ein Vergnügen für dich ist. Ich würde hier gerne einmal... Darf ich? Dankeschön. Äh, ich gönne mir den hier. 5000 Gel. Mhm. Ja, doch. Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Aber Sie können sich nicht ewig verstecken. Vielleicht sollten Sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Ja, ich denke darüber nach. Ich bin wirklich am Nachdenken. Und zwar das hier zu nehmen. Und dann das hier zu nehmen. Und dann... den verringerten Rückstoß. Der ist mir eigentlich egal. Ich habe eigentlich genug Zeit für Rückstoß. 12.000 kostet dieses... kostet das Raubtier. Das hätte ich jetzt, glaube ich, gerade gehabt. Schleicheingriff, das brauche ich nicht. Athletik. E 5000. 3000. Mehr Ausdauer. 3000. Mehr Lebenspunkte. Ja, komm. Nimm mich die 25% Lebenspunkte. Beauty. Dann raus. Und dann muss ich einmal ganz kurz gucken. Wie lang war denn nochmal die Folge? Okay. Alles klar. Das heißt, ein bisschen kann ich noch. So, einmal. Lade nach! Raus hier. Einmal abspeichern. Endlich mal wieder einen richtigen Spielstand machen. Yes, please. Thank you. Okay. Da wäre das erledigt. Beauty. Was können wir dann nun weitermachen? Wir haben natürlich hier noch die ganzen Häusleys. Da kommen wir wahrscheinlich überall von vorne rein. Ja gut, dann kümmere ich mich erstmal um die Häusleys. Hier so in dem, im Hinterhof. Wir waren zwar in einem Hinterhof, aber wir waren halt lange nicht in allen Hinterhöfen. Öffnen wir erstmal das Ding hier. Hm, okay. Hier haben wir noch eine Werkbank gefunden. Äußerst praktisch. So, mhm, 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 Bergbank. Hier haben wir noch eine Sicherung. Da haben wir noch ein Rohr. Okay. Da haben wir dieses große Gelände, vor dem ich ein bisschen Schiss habe. Aber nur ein bisschen. Ich dachte gerade, der ist irgendwie elektrisiert. Aber nein, er hat nur eine Tasche für uns. Nee, Schrotmoni. Keine Tasche. Tja, das ist jetzt ungünstig. Das ist wirklich äußerst ungünstig. Oh, okay. Okay. Wunderbar. Komm mal her. Komm mal her, schöne Frau. Bei denen hat man ja keine andere Wahl, als zu schießen. Ich hasse das. Ich würde gerne so viel Muni sparen, aber... Was nicht geht, das geht nicht. Na gut. Okay, da würde man in dieses Gebiet da reinkommen. Alles Käse. Also wahrscheinlich ist es kein Käse, in das Gebiet da reinzukommen. Ah, wir sind hier schon im ersten Ding drin. Ah, das ist mir... Das ist mir... Ja, nicht ganz ehrlich. Das hast du ja toll gemacht, Sebastian. Ich wollte da gar nicht rein. Okay, wir können einfach wieder drüber. Gut. Ich hatte gerade echt kurz Schiss. Auch Pulver. Okay. 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 Wir sind wieder auf Kurs. Das Haus ist down. Da können wir noch... Ne, da kommen wir nicht rein. Okay. Hier haben wir wen drin. Na, dann kommen wir raus hier. Oh, eins, sag ich. Einer ist gut. Einen, sagt er. Aua. Hallo. Aua. Ich habe an ein oder zwei gedacht, aber fünf ist, äh... Auch eine Zahl. Holy fuck. Fünf Stück kamen da jetzt raus. Und für was? Bisschen Schrot, ach, und ein Medikit. Naja, gut. Alter, fünf Leute. Ich meine, was meine Belohnung hier angeht... Da bin ich sehr zufrieden drüber, aber... Trotzdem heftig. Meine Güte. Sorry, Auto-Repair-Shop. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Da kommt man scheinbar auch rein. Das sieht auch sehr reingeherig aus. Aber ich hole erstmal nur die Teile hier. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder... ...wieder am Anfang gelandet. Södele. Hallo? Ne, du bist tot? Okay. Gut, von mir aus bist du tot. Ich habe da kein Problem mit. Gut, hier haben wir noch was. Schießpulver nehme ich immer gern. Hier drin haben wir nichts oder so. Juti. Dann war es das für die heutige Folge. In der nächsten Folge gehen wir dann hier in diese beiden Auto-Repair-Dinger rein. Wobei ich gar nicht weiß, ob das noch mit dazugehört. Und dann führt uns, je nachdem wie lange das dauert, wohl kein Weg dran vorbei, in dieses große Gebiet hier in der Mitte zu gehen. Wünscht uns auf jeden Fall Glück. Vielleicht machen wir aber erstmal das hier. So oder so nähern wir uns der vollständigen Erschließung der Karte, wenn ich nicht irgendwas komplett vergessen habe. Deswegen entweder schon beim nächsten Mal oder auf jeden Fall beim übernächsten Mal machen wir dann mit der Hauptquest weiter. Freunde, bis denne. Ciao.